Ohne eigene Beiträge die eigene Rente aufbessern und zwar mit der Pflege für Familienangehörige. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenscheid24d. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen das ja auch alle, ein Pflegefall kann uns alle treffen. Entweder selbst in eigener Person oder aber dann in der eigenen Familie. Rund 4,3 Millionen Menschen in Deutschland werden zu Hause gepflegt. Ehepartner, Kinder oder andere Familienangehörige geben sogar wegen der Pflege ihren eigenen Job auf. Das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen. Dann fehlt viel Geld und vor allen Dingen Rentenanwartschaften für die eigene Rente gehen dann sozusagen den Bach runter. Es fehlen dann auch noch andere soziale Absicherungen wie zum Beispiel Ansprüche auf Arbeitslosengeld und eventuelle Leistungen, Krankengeld und auch die Versicherung in der Unfallversicherung. Ja, meine Damen und Herren, und das alles soll ja bitte schön nicht zu Lasten der Angehörigen gehen, die als Pflegeperson, die zu Pflegenden wirklich aufopferungsvoll jeden Tag pflegen und sich um ihre eigenen Leute kümmern. Ja, meine Damen und Herren, und deshalb sagt das Gesetz, Pflegepersonen können auf Kraftpflichtversicherung einen eigenen Rentenanspruch erwerben. Und das Tolle an der ganzen Sache, ich muss es wirklich so sagen, das Tolle an der ganzen Sache ist, sie müssen dafür nicht einen einzigen Cent an eigenen Beiträgen zahlen. Denn den ganzen Spaß, meine Damen und Herren, zahlt entweder die gesetzliche Pflegekasse ihres Angehörigen oder dessen private Pflegeversicherung. Ja, meine Damen und Herren, woran liegt das? Das liegt einfach an der Art und Weise, wie die Versicherungspflicht in der Rentenversicherung für die Pflege aufgebaut ist. Rund eine Million Menschen in Deutschland üben eine nicht erwerbstätige Pflegetätigkeit aus und die sind dann automatisch in der gesetzlichen Rente versicherungspflichtig. Und die Versicherungspflicht gibt es aber nur, wenn die Pflegeperson nicht erwerbsmäßig pflegt. Und die finanzielle Verpflichtung hieraus, dass man also dadurch beitragspflichtig wird in der gesetzlichen Rente, trifft grundsätzlich nicht die Pflegeperson, sondern immer nur die soziale Pflegekasse oder aber die private Pflegepflichtversicherung, meine Damen und Herren. Und seit 01.01.2017 sind die Anforderungen an die Rentenversicherungspflicht für die Pflegepersonen geändert worden. Ich würde einfach sagen, sie sind sogar vereinfacht worden. Die Versicherungspflicht ist praktisch für Sie aus meiner Sicht letzten Endes, wenn Sie diesen Weg gehen und Ihren Familienangehörigen pflegen wollen, dann grundsätzlich für Sie vom Vorteil. Sie tritt de facto automatisch ein. Die Anspruchsvoraussetzung ist letzten Endes nur eins. Wir brauchen, der Pflegebedürftige muss einen Pflegegrad von zwei nachweisen. Sie müssen in einem Umfang von mindestens oder wenigstens zehn Stunden pro Woche an zwei Tagen verteilt, Ihren Familienangehörigen in häuslicher Pflege pflegen. Sie müssen Ihren Wohnsitz in Deutschland haben oder im Wirtschaftsraum der Europäischen Union oder in der Schweiz. Sie dürfen als Pflegekraft oder als Pflegeperson dürfen Sie nicht mehr als 30 Stunden pro Woche neben der Pflege erwerbstätig sein. Und die Pflegebedürftigen Angehörigen müssen natürlich Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung haben. Das ist ganz klar. Ich hatte es ja schon gesagt, wenigstens den Pflegegrad zwei müssen Sie nachweisen. Pflegegrad eins reicht nicht aus, um die Pflegeversicherung oder um die Rentenversicherungspflicht durch die Pflege oder für die Pflege in der gesetzlichen Rente herzustellen. Meine Damen und Herren, ganz wichtig, die Pflege durch Familienangehörige ist ein Ehrenamt, das Gesetz unterstellt, dass Familienpflege durch Ehepartner oder Verwandte grundsätzlich ehrenamtlich ist, also nicht erwerbstätig oder erwerbsmäßig ausgeübt wird. Dieser Rechtsgrundsatz gilt unabhängig davon, ob Sie von Ihrem pflegebedürftigen Familienangehörigen eine finanzielle Honorierung für Ihre Arbeit noch zusätzlich bekommen sollten. Also wenn der zum Beispiel, der oder die, Ihre Ehefrau oder Ihre Mutter oder wer auch immer, dann Pflegegeld erhält und das Pflegegeld sozusagen eins zu eins an Sie durchreicht, dann ist das sozusagen eine Honorierung, die nicht dazu führt, dass Sie eine erwerbsmäßige Pflege ausüben. Ja, meine Damen und Herren, die Pflege kann den eigenen Rentenbezug deutlich aufbessern. Das haben wir auch schon in der Vergangenheit an einzelnen Beispielen gezeigt. Sie können Ihre Pflege auf, Sie können Ihre Rente aufbessern, wenn Sie pflegen und neben der Pflege auch noch eigene Rente beziehen. Das ist also auch für Altersrenten, aber auch für Renten wegen teilweise oder voller Erwerbsminderung möglich. Bei einer Altersrente macht die Pflege auf jeden Fall immer dann Sinn, wenn Sie Ihre, oder diese Rentenversicherungspflicht immer dann sind, ab Pflegegrad 2, wenn Sie noch keine Regelaltersgrenze erreicht haben, dann brauchen Sie auch nicht über den Umweg einer Teilrente 99,99 Prozent gehen. Wenn Sie aber die Regelaltersgrenze erreicht haben und weiterhin in der Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, versicherungspflichtig wegen der Pflege sein möchten, dann müssen Sie bitte zeitnah vor der Regelaltersgrenze eine 99,99 Prozent Teilrente zum Beispiel beantragen. Die 99,99 Prozent Teilrente macht wirklich Sinn und zwar für diejenigen, die eine pflegebedürftige Person pflegen mit Pflegegrad 2 und 3. Vor dieser Einführung dieser 99,99 Prozent Teilrente war es oft wirtschaftlich unsinnig, die 99 Prozent Teilrente zu nehmen, weil dann einfach der wirtschaftliche Verlust der Rente aufgrund des 10-prozentigen Abzugs oder des 1-prozentigen Abzugs dann deutlich höher war, als der Gewinn durch die Pflegepunkte oder durch die Rentenpunkte für den Pflegegrad 2 oder 3. Auch das haben wir schon in der Vergangenheit dargestellt. Ja, meine Damen und Herren, in Ost und West variiert das natürlich noch deutlich. Im Jahr 2024, ich muss es mal ablesen, gab es im Westen je nach Pflegegrad ab 2 bis Pflegegrad 5 und dann auch noch differierend, was es da für Sach- und Kombinationsleistungen gab. Dann zwischen monatlich 688,12 Euro und 3.535 Euro monatlich an beitragspflichtigen Einkommen durch die Pflegekassen an die Rentenversicherung gemeldet und im Osten waren es 654,89 Euro und 3.465 Euro, die man im Osten sozusagen für die Pflege hätte bekommen können. Dann abhängig vom Abpflegegrad 2 bis Pflegegrad 5 wohlgemerkt. Ja, meine Damen und Herren, im Schnitt können Sie Ost und West so im Schnitt zwischen 7 und 37 Euro Rentenpunkte oder Rente monatlich für ein Jahr Pflege abhängig vom Pflegegrad 2 bis Pflegegrad 5 erwirtschaften, so die allgemeinen Zahlen. Im Detail muss man das natürlich dann im Einzelfall genau ausrechnen, aber das dürfte an sich kein Problem sein. Ja, meine Damen und Herren, wie gehen Sie einfach vor? Sie haben einen Angehörigen, der gepflegt werden muss. Sie arbeiten weniger als 30 Stunden im Monat, Entschuldigung, in der Woche und Sie stellen schlicht und ergreifend einfach nur einen Antrag bei der Pflegekasse, der Pflegeperson, die Sie pflegen und dort wird dann festgelegt, ob Sie Anspruch auf die Pflegepflichtversicherung haben, Entschuldigung, auf die Rentenversicherungspflicht haben. Die Pflegekasse wird dann eine entsprechende Meldung an die Rentenversicherung oder an Ihre Rentenversicherung schicken und wird dann mitteilen, dass Sie ab dem Zeitpunkt X dann rentenversicherungspflichtig in der Pflege nach § 3 SGB VI sind. Also, meine Damen und Herren, der ganze Spaß lohnt sich. Also Spaß ist es ja nicht, aber das Ganze kann sich für Sie lohnen. Sie können durch die Pflege Ihre eigene Rente noch deutlich aufbessern. Vor allen Dingen diejenigen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, sollten bitte immer daran denken, dass Sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze dann umschwenken von der Altersvollrente auf eine Altersteilrente. Denn nur mit der Altersteilrente in dieser Situation können Sie die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rente weiterlaufen lassen, also über die Regelaltersgrenze hinaus weiterlaufen lassen. Bei Bezug einer Altersvollrente würde die Versicherungspflicht entfallen und Sie wären ab Regelaltersgrenze dann versicherungsfrei. Und dann war es das mit der Pflege, dann war es das mit den Rentenpunkten für die Pflege Ihrer Angehörigen. Deshalb da vorher den entsprechenden Antrag auf Teilrente stellen. Aber Sie sollten sich vorher beraten lassen. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Mal nachrechnen auch, ob sich die ganze Sache für Sie lohnt. Der zeitliche Aufwand ist auch nicht zu unterschätzen, meine Damen und Herren. Und oftmals ist es auch so, dass Familienangehörige dann so schwer erkrankt sind und so schwer pflegebedürftig sind, dass möglicherweise hier dann auch erwerbsmäßige Pflegekräfte eingreifen müssen und Ihnen dann unter die Arme greifen müssen. Auch bitte keine Angst haben. Ihre Pflegeleistungen sind reine Betreuungspflegeleistungen. Das heißt also, Sie gehen für Ihren Angehörigen abwaschen, einkaufen, abwaschen, Medikamente organisieren, Arztbesuche machen, vorlesen, ins Kino gehen und so weiter. Sie müssen hier keine Körperpflege und andere Dinge mehr ausüben. So war es früher in der alten Rechtslage. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.